Moin 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 Leute und Servus Ich grüße euch hier zurück auf meinem Kanal ich bin's wieder euer Graus Nicolet und Yeah Was hat sich hier versteckt? Alter, die Pirolu Kaktus Fchtel Frits Alter, ja man Ihr kennt sicher das geile Caktuseis Alter, und das ist das Geilste am Caktuseis Ja, dieser geile Überzug hier mit diesen Knisterdingern Allee, ja, das hier, das hier sind die, das hier ist das Beste vom Cactus-Eis in Stückchen, wisst ihr, so nur das obere Allee und das Eis drinnen ist auch richtig geil, das ist Erdbeer, glaube ich, ja man, Erdbeerfruchteis, überzogen mit grüner Fettglasur, mit Kaugummi-Geschmack, Allee und Knisterbrause, Bohnensplittern und getrockneten Erdbeerstück, der Allee ist sogar gesund, Allee, mit voll viel Vitaminen, dann, reißen wir mal auf hier, Allee, meine Fresse, ey, das geht ja voll schwer, ey, so, erstmal mit dem Plektrum einfach hier ein bisschen Loch reingestopfen und so, geht schon, also das hier sind Cactus for Friends oder Cactus for Lovers, also könnt ihr auch mit eurer, mit eurer besseren Hälften genießen, ja, Grüße gehen raus hier an meine, die ist gerade in Frankreich, Allee, und, yeah, so sieht das Ganze aus, riecht einfach absolut episch, Allee, Mmh, boah, ey, die snackt man hier einfach so, und, ja, also, also, wir machen es eigentlich so, jeder kauft sich so sein eigenes, denn, die hier teilen, ist eigentlich jetzt nicht so, nicht so krass geil, eher für jeden einen eigenen Becher, und dann passt das schon, mmh, wenn euch die, das ist der beste Snack, den es gibt, Allee, und ich danke euch fürs Zusehen und sehen, wir sehen uns beim nächsten Video, bis dahin, euer krass Nikolay, Du bist nicht dabei,